Mein Name ist Matthias Kuhme, der Kapitän. Fliegen wird sie mein Kollege, der Stefan Lauf. Der gibt gerade noch ihr Gewicht ein. 16.053 Kilo wiegen Sie und Ihr Gepäck. Ich verstehe es, Sie kommen aus dem Urlaub. Das Essen scheint auch ganz gut gewesen zu sein. Du blieb drin. Ja, wir hinfluchsen die Leute immer leichter. Das ist immer so. Gut, der Rest des Fliegers mit mir zusammen wiegt noch 44 Tonnen. Und dann haben wir noch ein bisschen Sprit dabei. Das heißt, wir starten so mit 73, 73,5 Tonnen. Wenn wir das schaffen, schieben wir gleich zurück. Lassen die Triebferge an, rollen an den südlichsten Punkt ihrer Reise. Geben Gas und fliegen nach Hause. Flug sollte ruhig sein, bis kurz vor Deutschland. Westlich in Europa kocht die Wetterküche. Schauen wir mal. Gucken Sie doch in die Sonne. Jetzt ist sie schon mittlerein runtergegangen. Wir werden es leider auch nicht schaffen, sie nochmal einzuholen, dass sie nochmal aufgeht. Aber sie haben, glaube ich, die letzten 7, 8, 10, 12, 14 Tage genug Sonne gekriegt, wen ich mir so einzelne anschaue. Na schön, noch eine Frage im Interesse meiner zwei Mädels hier an Bord. Sind Schweden dabei? Nein, meine Kollegin Schwerle so für den Chippendales, wo sie letzte Woche war. Na schön, damit sind wir auch der Kabin, wo ich habe also die Easy Rider-Kombi dabei. Dennis Hopper und Henry Fonda. Und die zwei Mädels, wie gesagt, Chippendales-Fans, die sich jetzt gleich um sie und ihren Service und um ihren Aufenthalt hier kümmern werden. Diesen Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und wir melden uns später. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.